Corinna Schumacher heute, diese Bilder zeigen ihr neues Leben. Hinter Corinna Schumacher liegen harte Jahre. Der Unfall von Michael Schumacher stellt ihre geordnete Welt auf den Kopf. Wie geht es der Rennfahrer-Gattin heute? Wie geht es Corinna Schumacher heute? Am 29. Dezember 2013 schlug das Schicksal mit voller Wucht zu. Im Frankreich-Winterurlaub mit der Familie verunglückte Michael Schumacher, ausgerechnet beim Skifahren. Der Formel-1-Star zog sich ein schweres Schädelhirndrauma zu und wurde im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt. Nach 20 Wochen Aufwachphase kam er zu Bewusstsein und musste wieder lernen selbstständig zu atmen. Mit dem schrecklichen Ereignis blieb die Welt für die Schumachers stehen. Die Familie schottet die Formel-1-Legende seither in ihrer Villa in der Schweiz rigoros von der Außenwelt ab. Mit Erfolg, denn es dringen kaum Nachrichten über Schumis Gesundheitszustand nach außen. Dafür zeigen sich zuletzt immer öfter seine Frau Corinna Schumacher und die gemeinsamen Kinder Gina Maria und Mick in der Öffentlichkeit. Während Mick Schumacher als Rennfahrer in die Fußstapfen seines berühmten Vaters tritt, hängt das Herz von Tochter Gina am Westernreiten. Damit kommt sie ganz nach ihrer Mutter, die seit vielen Jahren erfolgreich im Sattel sitzt und 2010 sogar die Europameisterschaften im Westernreiten gewann. Corinna Schumacher, Familienleben seit dem Unfall Während Michael Schumacher seit seinem Unfall in den Hintergrund getreten ist, zeigt sich Familie Schumacher auch ohne Papa Schumier in der Öffentlichkeit. Sie beweisen, die Familie hält zusammen. Zu Weihnachten 2022 postete Sohn Mick Schumacher einen selten privaten Schnappschuss aus dem Leben der Schumachers. Nicht nur für sich halten sie so stark an ihrer Familienidylle fest, auch für Familienvater Michael Schumacher. In der Netflix-Doku Schumacher betonte Corinna, wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und gut geht und dass er unseren Familienzusammenhalt auch einfach spürt. Klar, nichts ist wie es vor dem Unfall einmal war. Dennoch bleibt Corinna positiv, es ist ganz klar, dass Michael mir jeden Tag fehlt, und nicht nur mir, die Kinder, die Familie, sein Vater, alle, die um ihn herum sind. Jeder vermisst Michael, aber Michael ist ja da, anders, aber er ist da, und das gibt uns allen Kraft. Wie und wo lebt Corinna Schumacher heute? Die Schumacher-Familie wohnt seit 1996 in der Schweiz um Kanton Wart. Bis 2008 in dem Ort Wufflens-Le-Chateau und seitdem in Glend am Genfer See. Ihr Schumacher-Anwesen gilt als ihr Rückzugsort. Dennoch hieß es im April 2023 aus dem Mund von Eddie Jordan, der Michael Schumacher einst den Weg in die Formel 1 ebnete, Corinna lebt wie eine Gefangene. Sie können nicht wirklich einkaufen gehen, nicht wirklich Urlaub machen. Nicht wirklich viele Freunde haben. Weil das nicht möglich ist. Warum? Jeder würde mit ihr über Michael reden wollen. Aber ständig daran erinnert zu werden, das braucht sie nun wirklich nicht. Corinna selbst äußerte sich nicht zu diesen von Eddie beschriebenen Umständen. Vielleicht ein Grund, warum die Rennfahrer-Gattin ein Anwesen auf der Urlaubsinsel Mallorca gekauft hat. Der neue Winterwohnsitz der Familie Schumacher. Über eine irländische Firma haben die Schumachers 2022 für 2,8 Millionen Euro ein 54-315 Quadratmeter großes Grundstück auf der Baleareninsel gekauft. Ganz in der Nähe des Luxusortes Port Entrad X. Hier soll laut Bunte eine Pferderennsch nach dem Vorbild der Schumacher Anwesen in der Schweiz und im US-Bundesstadt Texas geplant sein. Corinna Schumacher, ihre CS-Rennschuss-Schauplatz für internationale Reitturniere In der Familie Schumacher ist neben dem Rennsport das Westernreiten eine große Leidenschaft. Corinna Schumacher hat sich im Reitsport nicht nur mit ihren eigenen Erfolgen einen Namen gemacht, auch ihre CS-Rennsch ist weltweit bekannt. 2023 fanden dort von 3. bis 8. Juli die Reining-Weltmeisterschaften für Junioren, 14 bis 18 Jahre, junge Reiter, 16 bis 21 Jahre, Amateure und Open Reiter, die höchste Profi-Kategorie, wie auch die Parareining-Weltmeisterschaften, für Reiter mit Handicap, statt. Zudem war sie vom 10. bis 15. Juli ebenfalls Schauplatz der Reining-Europameisterschaften, der Schweizer Meisterschaft und einer Ancillary-Show. Für ihr Engagement mit der Rennsch wird Corinna Schumacher jedoch nicht nur vom internationalen Reitsport geschätzt, auch ihr CS-Rennsch-Team stimmte zum Muttertag 2023 auf Facebook eine Lobeshymne an die Rennfahrer Gartin an, an die absolut selbstloseste Frau auf der ganzen Welt, Corinna, alles Liebe zum Muttertag. Du bist ohne Zweifel ein Geschenk von oben für uns alle. Deine Liebe zu deiner Familie ist das Blut in deinen Adern. Wir lieben dich über alles und können die Dankbarkeit für alles, was du tust, nicht in Worte fassen. Wir lieben dich.